Nicht das ist jemand? Ich krag's jetzt so kurz mit Licht rum. Außer wenn halt wirklich das Licht hier anfängt mit Kacken oder was. Ach f*** dich. Was bist du denn? Du bist ja noch größer als die davor. Geh weg. Kein Dunst wo ich hin solle. Ist ein Telefon? Scheint das Vieh auch erstmal nicht hier runter zu kommen. Du hast jetzt schon sabotagiert. Du musst einen anderen Weg nach den Tunneln finden. Geh in diesem Ort, Mandas. Es ist das Kruzabel des Weils, das diese Korridoren stößt. Ich bin grad viel zu nervös. Okay, der Auftritt ist manipuliert. Und wir sind aufpassen. Weil hier halt viel zu gestalten unterwegs sind. Dass wir gestalten unterwegs sind, das ist ja schon... So ein kleines bisschen. Wir sind... Wir sind... Wir sind also von dort nach oben. Ja, ich denke mal wir müssen dann da runter. Das wird unser Ziel sein. Ich denke mal wir haben tatsächlich da hinten angefangen. Also so, da weh. Warte. Warte. Wir haben grad mal die Hälfte geschafft. Oh Gott, das ist gut. Ist das jetzt ne gute Idee? Ich habe keine Ahnung ob das jetzt alle 3 reinballern sind, aber die passt da eh nicht rein. Das ist diese komische Maschine, die ich oben gesehen habe. Das ist die Frage, ob ich so ein Ding mitnehmen soll? Hallo! Oh, Teddy bear, oh, Teddy bear. F***t euch an. F***t euch an. F***t euch an den Leuten sind anscheinend irgendwelche Monsters geworden. Ah, jetzt komme ich auch hier lang. Ja, ich weiß, ich will immer Licht anmachen, sondern kann mir das nicht fangen. Es tut mir leid. Ich glaube, die letzten 5 Minuten sind einfach alles... Schrecklich. Genau, jetzt müsste ich hier theoretisch... Oder auch nicht. Ich habe eigentlich vermutet, dass jetzt hier so ein Teil dran ist, das ich losgeschickt habe. Ach ne, hier, guck mal. Krasser Scheiß, okay. Dann muss ich jetzt bestuhen. Joho? Ne, hier war ich doch schon. Und einen Schlüssel habe ich auch nicht gefunden. Ah, guck. Hallo? Jo, geh auf. Was konnte ich jetzt so gerade nehmen? Ich denke mal, der reagiert wegen dem hier. Was will denn der hier jedes Mal hantieren? Wieso intagieren? Ah, lol. Ich habe das Teil aufgekriegt. Bin ich auch ausgekriegt? Ach ja, doch. Kann sein. Ja, natürlich. Ach, Gottes Willen. Stimmt und jetzt muss ich da hin. Okay, ähm, bei den Experimenten sind tatsächlich auch, ähm, ja, äh, Leute gestorben. Wir haben sie einfach so in den Fluss gerufen. Was können diese komischen Schweine sein? Ähm, da, 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 da. Oh, da muss ich ja eigentlich irgendwo mit drücken. Da muss ich noch eine dritte Möglichkeit geben. Geht das jetzt eigentlich locker? Jo. Aber ich glaube, rein geht's nicht, ne? Nee. Nee. Jetzt müsste er ja eigentlich... Angst. Ja, warum war die Tür zu? Lauf, lauf, lauf. Wow. Das war ja schon direkt hinter mir. So, zu. Oh, alter. Oh, hei, die Witze. Okay, ähm, das würde aber auch bedeuten, die Fliechter können keine Türen öffnen. Achso, das ist so gewalt. So ist gerade. Türen sind jetzt alle zu. Das bedeutet, dass die da jetzt erst einmal gefangen sind. Aber, das bedeutet auch, dass ich gerade nur den Salo rühren muss. Achso, Licht. Boah, entschuldigt. Dann ist das nur gar echt ein bisschen was. Weil, ähm, 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 äh, nee. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich hier oben landen. Aber ich brauche immer noch den Schlüssel. Hallo? Gibt es hier ein Inventar? Muss ich kurz gucken. Gibt es hier ein Inventar jetzt? Äh, da, 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 da. Kannst du mal rein spielen? Auch hier? Ist es nur das Tagebuch, ungefähr eine Dokumente? ich kann mich auch nicht mal zurück da irgendwie schlecht das hier um wie lang rutschen muss mehr gibt es auch nichts was auch ein teuer mir fehlt noch eine so eine komische große da ich jetzt keine ahnung habe was ich damit anfange das hier oben irgendwo vielleicht ein scheiß und jetzt ehrlich ich das irgendwie nehmen und jetzt ist da licht drin ernsthaft ich brauche dieses licht ich mache so schnell wie ich es will ja nicht das das ich 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017